weil man findet ja eigentlich auch was auf dem grund viel vielleicht nicht aber vielleicht ich guck mal eben noch mal ein bisschen mal schauen die musik gehen einen so auf den sack glaube ich ja toll davon nicht zu wenig das ist eine scheiß musik finde ich eigentlich wieso ich dir eigentlich reingetan wollte ich lustig sein wahrscheinlich geht aber nicht ich kann nicht lustig sein also sehr schön dann lohnt sich doch wenn man wenn man ein bisschen gräbt dann lohnt sich das immer mal aber im moment scheint es jetzt wieder ein bisschen laut zu werden low low ok alles krass guck mal wie wo komme ich denn jetzt hier hoch ah da ja ok ist nicht viel ne ist nicht viel ist gar nicht viel da ist nur eisen das ist halt jetzt auch das eigentlich was ich was da gerade rot oh wann ist die musik zu ende jetzt ehrlich ja schade ich finde nie diamant nie in jeder blöden welt die ich bis jetzt hatte erste staffel diese welt und dann wenn ich auch alleine spiele finde ich nie diamant ich nie ein andere oh da ist ein diamant oh da ist ein diamant oh guck mal ich habe die nacht durchgearbeitet oh da ist ein diamant auf jeden fall ich will nur einen diamant haben fertig gebrannt 32 16 dann muss ich erst mal wieder da stein aber nicht nur irgendwo stein was kann ich denn jetzt hier weg tun da muss ich nochmal im tod gehen ich muss jetzt gerade mal ein bisschen hier aufräumen so da und jetzt gehe ich wieder ich habe jetzt ja das reicht das würde auf jeden fall erstmal reichen und wenn dann habe ich da oben ja noch eine werkbank da habe ich da oben noch eine werkbank mein stuhl knackt die ganze zeit gibt es nicht der ist auch schon alt aber das kennt man ja auch schon von mir jetzt wieder dass ich das mal mein stuhl dass mein stuhl einfach nur noch knapp also nicht mein stuhl lang sondern mein stuhl also mein bürostuhl den nehme ich mir mit die kuh natürlich haben die noch pflastersteine das wäre natürlich auch schön aber ich glaube nicht so immer hoch jetzt sagt bloß jetzt könnte es schon so sein nur durch diese da geht zwar ein bisschen mehr nach da mit dem da müsste ich da auch noch hin tun mache ich auch wie kommt man jetzt noch mal dahin ich hätte mir ein tor bauen sollen an der wollte ich aber gar nicht wollte ja nie ein tor bauen habe ich ja immer gesagt ich wollte nie ein tor bauen hier ist der eingang hier kann ich mir jetzt aber im moment sparen grad ich habe da ja auch noch was sehr schön jetzt brauche ich eine werkbank die tue ich mal eben hey die tue ich mal eben dein wenn man 60 stück da so jetzt muss ich gucken das ist ja ja jetzt muss es doch noch ein breiter glaube ich doch ein breiter muss es auf jeden fall aber scheiße wieso falle ich immer runter das gibt es nicht so auf geht's nach hinten weil jetzt kommt nämlich noch warte ihr werdet ihr werdet sehen bevor ich hier irgendwas blödes laber dann werdet ihr es einfach sehen ok ok mhm jetzt ja 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 ich ja Ist das so richtig? Ups, nein, der war falsch. Aber die sind wieder richtig. Der war falsch. So. Oh, jetzt glaube ich muss noch einen machen. Denk mal schon, genau. Ja, muss ich auf jeden Fall. So, das kann jetzt nur eben ein bisschen dauern. Och. So, warte. Hüpp, hüpp. Wie kann ich das denn jetzt am besten machen? Oh, fuck, ey. So kann ich es jetzt machen, sehr schön. So kann ich es jetzt machen. Mhm. Sehr schön. So, jetzt. Und wieder da hin. Ach, das gibt's nicht. Und wieder hier hin. So. So. Und. Hüpp, hüpp. Jetzt kommt nämlich was, was anderes mal. Und noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wobei ich eigentlich was anders mache, jetzt doch. Warte. An irgendeinem Spiel erinnert mich die Möglichkeit. Und jetzt mal ein bisschen. Okay.